Have fun, hier ist Alboram, zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden, nämlich die Adler-Legende. Ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden, aber ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden, aber ich habe hier einen Tattoo-Entwurf. Ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden, und ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden, und ich habe hier einen Tattoo-Entwurf gefunden. ! Zwiftnest! Die Herd des Dottes!